Ich lerne Deutsch. Nummer 3911 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Tag wird gut. Möchtest du Erdbeeren mit in die Schule nehmen oder lieber etwas anderes? Der Tag wird gut. Möchtest du Erdbeeren mit in die Schule nehmen oder lieber etwas anderes? Wir haben uns gesucht und gefunden. Jetzt bleiben wir zusammen. Wir haben uns gesucht und gefunden. Jetzt bleiben wir zusammen. Wir haben uns gesucht und gefunden. Jetzt bleiben wir zusammen. Ich habe Angst davor. Ich traue mir das nicht zu. Es macht mich fertig. Ich bringe Pizza für 8 Personen. Der Weg zu meinen Kunden ist nicht weit. Ich bringe Pizza für 8 Personen. Der Weg zu meinen Kunden ist nicht weit. Wir sind uns einig. Der Deal ist gemacht. Unsere Abteilungsleiter klären die Details. Wir sind uns einig. Der Deal ist gemacht. Unsere Abteilungsleiter klären die Details. Wir sind uns einig. Der Deal ist gemacht. Unsere Abteilungsleiter klären die Details. Unsere Abteilungsleiter klären die Details. Ich habe dieses Shirt zu einem sehr günstigen Preis gekauft. Das Shirt war in verschiedenen Farben erhältlich. Die Reisevorbereitungen sind getroffen. Die Reisevorbereitungen sind getroffen. Die Koffer stehen zur Abholung bereit. Ich habe dir gesagt, dass Sport nichts für mich ist, aber du hast mir nicht geglaubt. Ich trainiere meine Muskeln, damit mein Körper gut aussieht. Ich trainiere meine Muskeln, damit mein Körper gut aussieht. Ich trainiere meine Muskeln, damit mein Körper gut aussieht. Beim Blick aus dem Flugzeug sehen wir fantastische Wolken. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kannst du mir sagen, welches menschliche Organ hier dargestellt ist? Kannst du mir sagen, welches menschliche Organ hier dargestellt ist? Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Ich habe ein paar gute Ideen für dich. Schauen wir sie uns gemeinsam an. Ich habe ein paar gute Ideen für dich. Schauen wir sie uns gemeinsam an. Das geht so nicht. So haben wir das nicht besprochen. Da ist noch Programmierarbeit nötig. Mein Backenzahn schmerzt schon wieder. Mein Backenzahn schmerzt schon wieder. Um 9 Uhr habe ich einen Termin beim Zahnarzt. Ich bin mir sicher, dass ich auch als Frau einen Samurai glaubhaft spielen kann. Ich bin mir sicher, dass ich auch als Frau einen Samurai glaubhaft spielen kann. Ich bin mir sicher, dass ich auch als Frau einen Samurai glaubhaft spielen kann. Ich helfe meinen Eltern im Garten. Die Pflanzen brauchen Wasser. Ich helfe meinen Eltern im Garten. Die Pflanzen brauchen Wasser. Wenn man es darauf anlegt, kann man auch den freundlichsten Menschen zur Weißglut bringen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist schon so lange her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So spät am Abend hält mich bei der Arbeit nur noch der Kaffee wach. So spät am Abend hält mich bei der Arbeit nur noch der Kaffee wach. Wir haben seit einigen Tagen ein Hausschwein. Die Rasse ist selten. Wir haben seit einigen Tagen ein Hausschwein. Die Rasse ist selten. Mama ist Friseurmeisterin. Sie stylt meine Haare immer ganz besonders. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann geht's her. Du kannst dich schlafen, dass sie einfach schlafen. Also erheitlicht, dass wir diese Gedanken haben. Und wenn wir jetzt auf jeden Fall haben, dann abonniere mich. Ich habe eine Momente. Wir halten dich vor. Ich habe mich verändert. Und dann kannst du zwei, mit dem Mottofen. Wir werden ein bisschen mehr, wenn du noch was machst. Vielen Dank.